So Leute, willkommen zurück zum Monster Hunter World. Es geht jetzt an den, äh, äh, wie heißt der? Scherzen? Scherzen ist auch mit dabei. Hallo! Wie heißt der? Ich weiß was. Soram Magdaros? Ja, wird schon richtig sein. Auf jeden Fall den. Äh, es gab auch irgendwie die, die Wild-Expertin hat was gesagt, das habe ich versehentlich übersprungen, das tut mir leid. Wir bezahlen mit, obwohl, bezahlen wir mit, ne, wir bezahlen mit Punkten, wir haben so viele Punkte. So, wir müssen uns jetzt ordentlich was anessen. Ist doch nicht. Entweder, wir essen das Chefkochgericht. Oder was gesundes. Verteidigung. Ja, komm. Verteidigung, wer ist was gesundes? So, was gibt's denn leckeres? Sieht gut aus. So, das überspringe ich mal. So. Fliegen Klettermeister, damit sind wir, glaube ich, schneller. Und, äh, du kannst ja leider an der Quest nicht teilnehmen. So viele Cutscenes. Aber gut, dann machen wir das halt. Es ist eine normale, äh, Standard-Quest, um so einen Drachenältesten zu bekämpfen. Das heißt, wir haben... ...Cutscenen. Diese... ...Cinni-Mini-Werbung, wo die einfach... ...beide... ...also diese... ...Cinni-Minis. So, links und rechts. Ja, die wird mir hier gerade angezeigt. Da müssen sie das Flammen-Siegel tragen. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist? Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Das Synchron ist es immer noch nicht. Ich hab keine Ahnung, wie ich das Synchron krieg, wenn die Aufnahmen läuft. Geh nicht. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns. Was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Warum so einen... ...Sora Magdaross im Mondlicht töten, ist doch bestimmt toll. Also ich bin... Ich mag Nacht lieber als Tag. Die haben alle viel schlechtere Rüstungen als wir. Auf eure Posten! Ja, die Asynchronität ist wirklich furchtbar. Sora Magdaross. Riesiges Vieh. Hast du irgendeinen Tipp? Nicht von der Lava stechen lassen. Ja, jetzt müssen wir ja erst mal das Vieh beschießen. Los, los! Na, die Kanone, die bringt noch nicht so viel. Die ist noch... Da können wir ihn noch nicht so richtig anzielen. Dann gehen wir erst mal an die Balliste. Ich schieße sehr gerne mit Ballisten. Triff ich ihn überhaupt? Ich mache überhaupt keinen Schaden. Musst du auf ihn ziehen? Ja, ich glaube, er war noch zu weit weg. Aber wir haben halt nur begrenzt Moni. Stirb! Ganz ehrlich, 20 Schaden bei so einem fiesenen nichts. So, ist er für die Kanone passend? Denke schon. Oh ja, 150 Schaden jeweils. Ich versuche jetzt diese Kanone hier so gut zu laden, wie es geht. Was will denn das Vieh jetzt? Kleines Drachending. Kleines Drachending. Wirklich? Ja, dieser kleine Drachenvogel da, die heißen ja bloß irgendwie Drachenweibern oder so. Oder Flugdrachen. Kleines Drachending. Das Vieh kommt näher. Ich glaube, ich schieße lieber sofort. Und du sollst ein Klasse Fünfer sein? Drachending. Ja, ich bin ein Fünfer. Ja, genau. Super, jetzt habe ich so einen Vogel erwischt. So, das Vieh ist wieder ein Stück zurückgegangen. Dann kann ich die Kanone wieder laden. Die anderen können die Kanone oben laden. So, gleich drei Schuss drauf. Oh, hoffentlich treffen die überhaupt noch. Ne, die fliegen... Obwohl doch, die fliegen noch drauf. Ich dachte schon, die würden voll dran vorbeifliegen. Ah, tut weh, was? So, hier oben mal wieder feuern. Ende aus der Kanone, sonst werden sie mit abgefeuert. So, das war ein schöner Volltreffer. Ich habe jetzt nicht so wirklich das Gefühl, wir machen dem Vieh Schaden. Okay, wir haben keine Kanonengugeln mehr hier. Das heißt, die Station ist jetzt eh weg. Oh, gebrochene Teile. Das ist gut. Oh, gerade noch mal drei Schuss. Au. Blöder Flugdrache. Geh mir aus dem Weg. Ich stehe einfach nur vor der Schwierung und gucke mir Sachen auf der Instagram-Namen. Oh, das Vieh kommt. Geh schießen. Das hat die erste Barriere noch nicht durchbrochen. Bei 2000 gibt es mir Instagram-Namen. Also, abonnen. Okay, dann Leute, schafft Abos ran hier. Mordet ihm Abos. Nein. Das will ich nicht. Nein, botet ihm Abos. Sowas will ich nicht. Doch. Ah, und, ähm, botte den Views. Das ist ganz wichtig. Geld verdienen. Doch. Nicht botten. Lieber, lieber selber gucken. So, Geburtstag botte ich dir ein Pot? Nein. Zuschauer sollen hier Spaß haben. Oh Gott, das Vieh kommt. Schießen, schießen. So, nochmal zur Ersachen-Sachen-Ministin. Ich bin easy. Hier wäre aber aber verstörend. Die neueste. Wo die den so durchschlabbern. Das war komisch. Ich kann auch normal schießen, aber ich treffe ihn nicht. Es ist spät. Ja, das stimmt. So, schießen wir nochmal drauf. So gut es geht. Wir haben echt viele Kanonen kugeln. Ich glaube, das Vieh will gerade unsere Kanone kaputt hauen. Dann schieße ich vorher nochmal. Oh ne, jetzt hat die Balliste kaputt gehauen. Das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Die Kanone macht eh viel mehr Schaden. Und da wir sie zu dritt laden, können wir auch viel schneller schießen. Oh, die Munition ist alle. Aber hier hinten gibt es ja noch Muni. Da vorne steht die nächste Kanone. Warum ist hier vorne eigentlich Kanonen-Munition, aber keine Kanone? Das ergibt keinen Sinn. Das ist wahrscheinlich, wenn man absolut verrückt ist, kann man das Zeug einfach durch die Gegend tragen. Wenn diese Flugdrachten hier so weitermachen, dann schnappe ich mir gleich mein Gewehr und schieße die alle ab. Du hast hier unten überhaupt keine Kugeln. Ach super, aber die Kanone ist voll geladen. Okay, danke Drache. Jetzt bin ich zumindest die Kugel los. Jetzt kann ich wieder feuern. Ich glaube, der bricht gleich durch die durch die erste Barrikade. Auch der Flugdraher hat mich ganz runtergehauen. Bewegung! Nicht machen. Ich balle die echt bald runter. Achtung! Denk ich meine Spezial-Munition ein und gehen in den Schnellschussmodus. Ich glaube, das mache ich jetzt. Mach auf! Au! Der Große hat draufgehauen. Bleib am Boden, du Mistfee! Du auch, so. Sonst noch ein Drache hier? Nein? Ja, ich. Gut so. Was, du? Äh, ich bin niemand. Warum bist du einer von den Flugdrachen? Ich bin halt. Ich vergesse immer, dass man hier mit Steuerung schießen muss. Was, oben auf der Barriere? Warum oben auf der Barriere? Wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Ah, da hinten ist auch noch eine Kanone. Aber ich soll jetzt offenbar die Binder abfeuern. Ah, hier ist auch noch eine Kanone. Einschussbinder und Feuer! Ich stehe einfach immer noch bei Schmiede. Ich lade die Kanone und Feuer zwischenzeitlich machen. Okay. Ich habe das Vieh halt festgebunden vor der ersten Barrikade und jetzt muss ich einfach Kanone laden und drauf feuern. Red, würdest du mir bitte ein bisschen helfen? Es dauert ewig, wenn ich fünf Kanonenkugeln hier durch die Gegend tragen muss. Bis dahin hat sich das Vieh losgerissen. Was? Trägst du fünf, aber immer? Nein, 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 hintereinander. Deswegen dauert das ja so lange. Wollte schon sagen. Okay, wir haben zwei Kanonenkugeln, das muss reichen. Dann haben wir schon ordentlich Schaden gemacht. Ja, jetzt macht Red mit. Du warst auf dem Soram-Markt daraus. Ich kämpfe mich einfach unten lang. So spät, Red, sein Kanonenkugel kommt in dieser Phase leider nicht mehr rein. Vielleicht schaffen wir es nochmal. Oh Gott, sonst gehen die Kugeln aus. Los, Red. Jetzt komm. Rein da. Erwarten die jetzt von mir, dass ich wieder runtergehe? Ne, ich hab hier noch spähere Ballistenmunitionen. Okay. Dann halt damit. Ein Schaden. Wollte mich rollen. Ja, da mach ich 40 und 20 Schaden. Ja, dem, wo ich treffe. Ich denke, das Vieh wird gleich durchbrechen. Ja. Hat sich befreit. Danke. Gut, ich hab hier oben keine Munition mehr, dann geh ich halt runter. Hier ist auch noch ne Kanone. Nein, nicht, nicht dranhängen. Red, Kanone laden. Du hast jetzt das ist einer Ladeteil bei mir vergessen. Welches? Das ist leise. Das schwarze. Echt? Das behalte ich jetzt. Das mit dem langen Kabel? Nein, nur den Stecker. Das ist nicht mir. Mit dem schwarzen Stecker. Äh, schwarzer Stecker und so'n, äh, so'n abstehendes Ding, ne? Nein, nur den schwarzen Stecker. Da ist nicht irgendwie ein abstehendes Kabel dran. Ah, vielleicht. Das ist abgegangen. Nee, nee, äh, das, das ist fest. Das gehört zum Stecker dazu, bei meinem. Dann ist das jetzt kaputt. Nee. Wo ist das USB-Ding an dem Teil? Äh, in der Seite. Ne, dann ist das nicht meiner. Dann gehört er dir. Ich habe aber keinen schwarzen Stecker. Jetzt schon. Okay, wir machen keinen Schaden mehr. So, Sura Magdaros durchgebrochen. Zunächst mal hacke ich heimlich meinen Laptop in meinen Taschen. Warum? Wir standen. Entre die Misten an jetzt. Also. Jetzt kommt's drauf an, Partner. Du schaffst das. Ja, ich schaff das. Aber hier ist doch die Flugstation. Wie benutze ich sie? Los, los. Ja, jetzt darf ich sie benutzen. Wir sind auf seinem Rücken, alter Mann. Erwarten weitere Befehle. Findet die Magma-Kerne im Panzer des Sura. Das sind seine Schwachpunkte. Greift sie an, um die Bestie zu zerlurben. Okay. Ich schaffst nur den Magma, das aus den Kernen sprudelt. Da ist so ein Kern. Reicht ihr an. Die Magma-Kerne finden und zerstören. Weil du hast hier irgendwo doch noch Metalle gefunden, ne? Ah, da oben. Die will ich auch. Lieterz, Drachinieterz. Oh, Drachinieterz ist gut. Und so Magdorra Rückenpanzer. Ich kann ja glücklicherweise als Schütze aus Sicherheit entfernen und drauf schießen. Zwar nur mit zwei Schaden pro Schuss, aber die Menge macht's. Schieß ich auch nur mit normalen Munitionen. Ich hab alle hier einen Schaden pro Schuss, wirklich. Okay, das bringt's nicht. Wassermunitionen. Oh, elf Schaden pro Schuss. Das bringt's eh. Ich glaub, mit Lärmung brauche ich auf das Ding gar nicht einschießen. Ja, ich weiß, wir müssen die Magma-Kerne zerstören. Was glaubst du, was ich hier tue? Urlaub ist das nicht gerade. Doch. Machen wir nochmal Spezial-Munitionen, dass ich nicht ganz so viel verballere. Ja, das hat's nicht gebracht. Die müsste ich theoretisch voll haben, damit das was bringt. Dieser Stein dürft ihr jetzt ruhig mal nachgeben. Ich wollte nicht so viel wertvolle Munition verballern. Natürlich denn sonst noch was nicht ganz so wertvoll ist. Preparation 1. Dann hab ich ganz, ganz viel. Oh ja, das macht ordentlich Schaden. Hat halt leider auch einen ziemlichen Rückstoß. So, komm, jetzt geh kaputt. Ja, wir müssen die Magma-Kerne zerstören. Ich bin doch dabei. Das Ding ist nicht so einfach, wie's aussieht. Das reicht. Jetzt geh ich erst mal gucken, ob hier irgendwo noch noch Metalle, noch Erze sind, die ich mir holen kann. Oh ja, Sinn. Oh, da kommt Lava raus. Rückenpanzer, Rückenpanzer und Marilitas. Na gut, dann mach ich halt den Kern kaputt. Oh, da kommt grad was raus. Au. Timing sehr ungünstig gewählt. Was bezahlst du mir mit deinem Leben? Ja, warum sollte es dir mir aufgefallen, wenn ich sein Rückenpanzer kaputt mache? So, kurz mal ein Stück trinken. Aufgabe, den nächsten Kern suchen. Äh, hier ist Magma im Weg. Ich denke, da soll ich nicht durch. Ich bin jetzt hier irgendwo runtergesprungen. Kletter dich wieder hoch, wenn's geht, ja. Aber ne, hier fließt konstant Magma durch. Der Weg ist versperrt. Ich suche einen anderen. Magma Kern, wo bist du? Bitte mich nicht mit Magma beschmeißen. Oh, noch. Noch so ein Förderplatz. Marilita Erz, Drachinita Erz und Marilita Erz. Die Magma Kerne finden und sie zerstören. Oh, 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 oh. Heiß, 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 heiß. Okay, hab's verstanden. Ich komm da nicht durch. Danke. Dann halt wieder zurück. Dann war das echt nur fürs Erz. Und, hopp. Vielleicht auf der anderen Seite vom Kern. Ich hab irgendwie falsch gelatscht. Hier gibt's Steine. Da unten gibt's noch Kristall. Gesundheit. Danke. Ich nehm hier so viel Erz mit. Einfach bloß, weil ich den Weg nicht finde. Okay, hier unten ist Lava. Da soll ich nicht langen. Jetzt hat die Abgegrast. Hauenst du so lange irgendwo rum? Ich brauchte nicht mal fünf Minuten, um den Weg zu finden. Ja, ich hab keine Ahnung. Vielleicht, weil ich ihn mehr abgeschossen hab? Weil du hast ja mehr mit den Ballisten gemacht. Das hatte ja nicht ganz so viel Schaden wie die Kanonen. Ich habe ja daraus gelernt. Ja, bei mir hat der... Da bist du noch nicht auf seinem Rücken. Doch, aber das hat viel länger gedauert als bei dir. Hast du diesen Ding kaputtgeschlagen? Den ersten hier. Den zweiten gibt's nicht. Okay, aber er dreht sich auch nicht auf die Seite oder so. Ja, dann musst du erstmal über dieses Lava-Feld. Die redet dann mit dir und sagt dann, ah, die Lava hat sich abgewandt, dann rennst du da drüber und dann geht da hoch. Okay. Okay. Ich glaub, ich bin jetzt auf der anderen Seite von diesem Magma-Feld. Ich kann hier auf jeden Fall hochklettern. Wie hat die zweite Barriere erreicht? Soll das so? Nicht umkippen. Nicht jetzt umkippen. Du wirst die ganze Zeit umkippen dürfen, als ich nicht wusste, wo lang. Und jetzt, wo ich fast auf deinem Kopf bin, kippst du um. Guckst du hier oben noch was zum Abbauen? Also wenn ich schon mal da bin, ne? Aber nee. Jetzt brauchen wir nicht da oben. Scheint da was zu sein. Feuer! Was? Was ist das? Die schwarze Gestalt am Himmel. Oh nein! Jäger! Ihr müsst sofort auf den Panzer der Sora Magdaros! Was? Warum? Ein Monster! Ein unbekanntes Monster ist auf dem Panzer des Sora Magdaros erschienen. Malisten-Team zum Unterstützungsfeuer bereit machen! Jäger! Oh. 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 Und liebe Leute. Das könnte das geheimnisvolle Monster sein, das die Stattel unterlassen hat. Das da ist ein, äh... Ein Diabolos. Ein Monster, mit dem man nicht so gerne Spaß hat. Wirklich sehr unspaßig, das Vieh. Sehr groß. Sehr gefährlich. Böse Hörner, böse Krallen, böse Stacheln. Und wie sie eben schon gesagt hat... Hast du mich vermisst? Jo, andere Jäger. Gut. Danke. Ihr dürft übernehmen. Na, das machen die sogar. Los, zurück in Position, sofort! Zehn! Feier! Ja! Die ist von der ist! Meister! Unmöglich! Ich? Was ist das? Da ist der Azoramark daraus durchgekommen. Aber wir haben herausgefunden, was den Baroth getötet hat. Ich bin nicht ganz alt, du bist nicht... Ja, du bist zu alt für das. Ich weiß. Bist ja auch schon von der ersten. Wir sind ja von der fünften. Wir sind ja noch jung und knackig. Hähne sehen so lustig aus wie wenn sie frontale lang guckt. Ich wusste, dass es hier Fallengeräte gibt. Hätte ich die Mission viel früher gemacht und immer wiederholt. Wir haben die Mission erfüllt. Das war eine gute Mission. Das Erz können wir bestimmt benutzen, um unsere Waffe weiter aufzuwerten. Was? Was? Nichts. Ich habe gerade ein Bild gesehen. Kannst du einfügen, wenn du willst. Ich fand es lustig. Ja, okay. Ja, jetzt kriegst du. Aber wir haben eine Chance, wenn wir seine Fährte auf der anderen Seite wieder aufmachen können. Habt er so viel geschickt? Muss ich mir noch angucken. Du hast keinster vorangeguckt. Hey, heute hat mein Bruder Geburtstag. Alles Gute, Bruder! Alles Gute. Ja, das kommt wahrscheinlich im Monat nach seinem Geburtstag raus. Dann habe ich Geburtstag. Yeah! Ja! Ich habe morgen in einem Monat Geburtstag. Hm. Yeah! Was sollen wir dann tun, Kommandant? Wir müssen ein Schiff zur Gilde schicken. Ein Schiff? Aber bei der Lage am Himmel und auf See? Trotzdem, ohne die Gilde zu benachrichtigen, können wir nicht weitermachen. Wir sollten Ihre Entscheidung abwarten. Kapitän, kann ich auf Sie zählen? Keine Sorge, Sir. Ich habe das Wilde mehr beobachtet und auf meine Chance gewartet, es wieder zu bändigen. Der Spalt in der großen Schlucht hat uns nicht nur einen Weg, sondern auch eine Gelegenheit eröffnet. Gemeinsam werden wir alles meistern, was dahinter wartet. Und die Fährte des Sora Magdaros finden. Jäger, rückt zur großen Schlucht aus, sobald ihr bereit seid. Möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Wegtreten! Ich weiß nicht, ob wir wirklich den Sora Magdaros verfolgen wollen. Ja, willst du? Will ich? Okay. Gesundheitsbooster, Spezialwerkzeug verfügbar. Hey Partner! Gehen wir auf eine Expedition zur großen Schlucht. Ich komme mit! Ne, Expedition zur großen Schlucht muss noch nicht so. Was willst du da hinten eigentlich? Entspannter Botaniker. Los, beeilen wir uns! Meine Güte! Der hat endlich ausgetrieben. Das bedeutet, dass unsere Forschung zum uralten Baum jetzt vorangeht. Ich konnte nicht warten und habe sofort eine Quest vorbereitet. Meldest du dich für eine stachlige Situation an? Wir versuchen herauszufinden, wie wir die Arten von Früchten und Beeren, die der Baum produziert, steigern können. Aber dafür brauchen wir jede Menge Pflanzenproben und du wirkst, als ob du etwas botanische Entspannung gebrauchen könntest. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich hier irgendwas überlesen oder falsch gelesen. Guck mal, wer hier liegt. Wer liegt da? Den, den wir zuletzt gefangen haben. Tobi Karachi. Ich will auch gucken. Guck ihn dir auch an. Er liegt da, wo der andere vorlag. Super, die fünfte Flotte. Sie kommt hier gerufen. Momentan erforschen wir die Vermessung und Einfanggruppe. Auch bekannt als die Draufgänger. Das Verhalten der Kuluyaku. Wir hoffen, ein lebendes Exemplar zu fangen, die Speckhilfe an seine Besonderheit zu gewöhnen und es dann freizulassen. So können wir das Monster verfolgen und seine Lebensweise beobachten. Nichts auf der Welt wünsche ich mir momentan mehr. Darum habe ich beschlossen, die fünfte um Hilfe zu bitten. Ich möchte, dass du diesen Fangeinsatz durchführst. Viel Glück. Die Quest heißt, schnapp den Schnapper. Wir wissen jegliche Hilfe von deiner Seite zu schätzen. Okay. Ja, das machen wir dann irgendwann mal privat. Wir können das ja. Wie der... Nein. Nicht? Nein. Ach, du bist hier, um mit mir zu reden? Wie schön. Ich habe eine kleine Quest für dich. Sie heißt Königliche Umsiedlung. Ich habe Möglichkeiten erforscht, wie der uralte Baum mir Insekten und Pilze produzieren könnte. Aber die Königin hat sich zwischen mich und die benötigte Probe gestellt. Komm, schnell zurück. Wenn du das Problem gelöst hast, kann ich sofort weitermachen. Die Ergebnisse dieser Forschung werden dir garantiert gefallen. Okay. Er jage einen Rathian. Was war ein Rathian? Männlicher Rathalos... äh, weiblicher Rathalos. Ach so, oje. Also eine Rathian, das ist eine Königin. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass die gemeint ist. Ja, die wird gefährlich. Wir sind zwar inzwischen recht gut ausgerüstet, würde ich sagen, aber... Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Ob wir es jetzt schon mit einer Rathian aufnehmen können, weiß ich nicht. Wir gucken uns mal die Rüstung an. Können wir da irgendwas jetzt machen? Hochmetall-Set. Naja, das ist nicht so gut wie unser aktuelles. Nur an manchen Stellen. Aber da würde ich ja eher das Anyarat-Set vorziehen. Oder das Brigade-Set, wenn wir das irgendwann machen können. Wie sieht es denn mit Waffe aus? Kann ich vielleicht in der Waffe... Moment, da muss ich auf Verbessern gehen und dann auf unsere Waffe, genau. Bin ich ja derzeit auf dem Aqua-Überfall. Ja, mit dem Drachinit-Erz könnten wir theoretisch die Waffen verbessern. Gerade hier unten gucke ich hin. Da brauchen wir aber ein anderes Erz für unsere Pukki-Pukki-Knarre. Es gibt auch einen Anyarat-Baum. Da bräuchte ich noch einen Anyarat-Reißzahn. Dann könnte ich statt Wasser-Überfall das Ding machen. Oder halt noch ein zweites. Was hat das denn für Munition? Das ist immer das, was mich am meisten interessiert. Normal bis Stufe 3. Perforierung, Schrot, Detonation, Streuung, keine Erholung. Schade. Gift, Lähmung. Statt Wasser und Schneiden gibt es Feuer und Drache. Trivern und Dämon-Munition. Ich weiß nicht. Für Feuer habe ich ja schon eine Knarre. Klar, die hat ordentlich Wumms, aber ich weiß nicht, ob ich sie will. Da würde ich mir eher überlegen, hier die Tomodachi. Ne, Tobi Karachi. Ich kann es mir nicht merken, die Knarre zu machen. Dann gucken wir nochmal, wie unser Paliko, ob wir für den irgendeine Rüstung machen können. Ne, wir haben ein Rathalos-Set. Das ist cool, weil wir haben die Quest mit dem Anjarat noch ein paar Mal gemacht und da ist jedes Mal der Rathalos aufgetaucht und wir haben die Schuppen eingesammelt und den Panzer und deswegen konnten wir uns die Rüstung machen. Du konntest das ja zumindest die normale Rüstung auch für ihn machen, ne? Mhm. Für den Paliko, also für deine Katze. Ja. Und was will denn der Ausrüstungsladen noch, wenn wir schon dabei sind? Willkommen, Fünfer. Wie ich höre, brichst du zu einer zu einem unfreundlichen Ort auf. Es erscheint mir angebracht, neue Produkte ins Sortiment aufzunehmen, damit du deine Reise aufrüsten kannst. Ich hoffe, du findest, was dir gefällt. Äh, ja. Gucken wir mal. Was hast du denn so, wenn ich jetzt mal beim schweren Bogengewehr gucke? Immer noch das Gleiche. Super. Danke. Da ist nichts Neues. Was hast du bitte Neues im Sortiment? Du hast genau das Gleiche wie vorher. Nichts Neues. Aber Hauptsache sagen, es ist Neues. Danke. Für gar nichts. Ich habe jetzt auch Expeditionsquest, gehe zur großen Schlucht. Ja, die machen wir aber nicht jetzt, die machen wir wann anders. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, würden wir uns sehr drüber freuen. Und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn zwei... Was? Ich muss noch was sagen. Okay. Die zweite Staffel steht fest. Von? One Punch Man. Oh, wann? Ihr soll starten am Januar der... Äh, Jahr 2020. Echt? Ja. Das ist noch ein bisschen hin. Ja. Ja gut, Leute. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ja. Gut. Ihr lasst uns trotzdem jetzt ein nettes Kommentar da. Wir streicheln das Schwein und, äh... Das Schwein schmeißt mich um. Sehr schön. Gut. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da oder uns einen Daumen nach oben und wir freuen uns drauf, wenn ihr wieder zuschaut, wenn es weitergeht mit... Äh... Was spielen wir hier? Monster Hunter. Monster Hunter World. Das ist spät. Bis dann. Tschüss. Oh, jawohl. Sag auch tschüss. Tschüss.